hi freunde und herzlich willkommen hier bei archie gaming floh wieder am start heute gibt es keine weitere squad belly challenge hier im dritten upload des heutigen abends und zwar gibt es heute ein pack opening zum ultimativen team of the season ihr seht es 35 packs um die wir uns heute gemeinsam kümmern wollen und wir haben jetzt hier auf dem ersten account auf jeden fall schon mal 20 sets parat oder auf dem zweiten account 15 35 also insgesamt bevor wir ein starten das pack opening könnt ihr gerne schon mal das video support mit einem daumen nach oben 300 likes gebe ich euch als ziel raus hast du sie so schnell wie möglich auf jeden fall voll machen und lasst uns gerne auch einen kommentar da was habt ihr gezogen was war euer letzter großer pull schreibt mir gerne runter in die kommentare allein für den algorithmus schon und wenn ihr support zeigt dann gerne auch so so können uns kostenfrei supporten auch mit einem abo gerne also die glocke aktivieren und dann verpasst ihr auch keine weiteren videos hier auf youtube wenn ich eins online bringe so jiro ist jetzt hier im dritten pack glaube ich war es bender unter anderem auch noch am start ist alles gern auch hier die transferliste drauf ist auch logisch für spc ist weiterhin hilfbar also ein paar gute setze auf jeden fall start premium gold spieler pack jetzt hier am start und ihr wisst ja bescheid ultimatives team auf das season wo ich dachte kurz erster wand oder walkout mit messi mit van dijk mit cr7 mit neymar und so weiter und so fort ihr habt es gesehen alles schon im ersten video des heutigen abends um 20.15 Uhr ist schon ein video online gegangen da haben wir uns angeschaut wie sieht das ultimative team auf das season aus was bringt die neue season mit sich was sagen wir zu mertens spc und haben wir erst einen wand oder walkout leider nur ein wandspieler also war auf jeden fall richtig geiles video checkt das gerne oben rechts auf dem i ab und wir ziehen hier limma den wir ziehen als 83er alles klar checkt das auf jeden fall wie gesagt gerne ab falls ihr das noch nicht gesehen habt und um 16 Uhr ist auch ein richtig geiles video online gegangen das haben wir hier schon bei twitch gestern gemacht aufgenommen 125 mal haben wir die 25k upgrade spc abgeschlossen da war richtig packlack am start das video lohnt sich auf jeden fall anzuschauen checkt das gerne rechts oben auf dem i auch einmal ab und ja war richtig geiles video checkt das auf jeden fall ab und ab 22.30 sind wir dann auch wieder live bei twitch eröffnen wir dann wie jetzt hier zum beispiel für dieses video wieder eure gemischten spc packs die ihr euch ja quasi ja woche für woche angespart habt ob das jetzt division rival packs sind ob das jetzt von der weekend league ist oder ist der nächste one door workout ich bin gespannt ob wir ein team of the season ziehen können der in anführungsstrichen lowest rate ist ist ja sommer 94er sommer der da am start ist ich weiß nicht warum sommer zum beispiel mit am start ist ist halt jetzt einfach so also falls ihr bei twitch am start sein wollt uns mal live sehen wollt kommt gerne nachher rum twitch.tv schrägstrich archie gaming und folgt uns gerne auch bei den anderen socials twitter zum beispiel wir haben instagram und auch da werdet ihr mal up to date gehalten wann ist streamskript und so weiter wann videos rauskommen etc pp ja bis jetzt war nicht ordentlich packlack am start hier bei the real beast auf dem account aber vielleicht wird das ja noch vielleicht wird das ja noch das waren jetzt die ersten sets zwölf stück haben wir hier noch parat von den ersten 20 für das video und wie gesagt ihr seht es sowohl wenn es hier heftiges packlack ist aber auch wenn es so wie bei euch vielleicht auch manchmal wenn gar nicht ins set ist also sonst gibt es auch immer die leute die einfach nur videos hochladen wenn man was krasses zieht das ist bei mir nicht der fall ich will hier auch ein bisschen realität in youtube deutschland reinbringen sozusagen und insofern ja bekommt ihr wirklich alles zu sehen wie ihr das auch von mir gewöhnt seid und dann wollen wir uns über das wochenende zum beispiel und nachher werden wir es im twitch livestream zusammen schon mal aufnehmen falls ihr es also vorher sehen wollt bevor es online geht bei youtube check die twitch streams ab da werden wir uns um die gold upgrade spc kümmern ja mal gucken wie wir da zusammen bekommen mit der community ein paar packs öffnen aber wie gesagt auch die gemischten packs und dann wird es noch mal wahrscheinlich übers wochenende hinüber mindestens zwei vielleicht auch weniger je nachdem was zusammenkommt an pack openings auf jeden fall kommen und da bin ich ja am meisten gespannt da könnt ihr gerne auch mal eure meinung dazu in die kommentare schreiben wie das aussieht mit den upgrade packs ob da am montag welche kommen nur liegen oder liegen mäßig gesehen oder halt rating mäßig gesehen was für upgrades kommen raus ich kann mir vorstellen dass jeweils dann zu jeder liga upgrade spcs rauskommen man sich dann entscheiden kann okay welche liegen upgrades werde ich jetzt noch mal angreifen das wäre natürlich bombastisch wenn die jetzt wirklich eine woche mal kommen oder so oder fünf tage nur oder vier tage oder lass es drei tage sein das würde mich auf jeden fall extrem überraschen von der season bin ich an sich enttäuscht muss ich sagen die jetzt neu rausgekommen ist die season 7 aber nichtsdestotrotz hoffe ich dass euch das pack opening jetzt hier zum abschluss des heutigen tages noch gefällt wie gesagt lehnt euch zurück wollte ich was zu essen oder zu trinken jetzt drei common ball die baddode spieler am start und da haben wir noch drei mega packs mal gucken ob die drei mega packs auch mega packs sind was haben wir jetzt am start wieder kein wand oder walkout tv schreibt dann habe heute noch 25 kaps gemacht aua und dala gezogen also das auf jeden fall einiges gehört am start schreibt mir auch gerne in die kommentare falls ihr diese 25k upgrade packs gemacht habt und je nachdem was habt ihr gezogen lasst mich gerne wissen habt den mp habt den neymar habt den ben jeder ziehen können alles da mich natürlich interessieren und grüße gehen raus an alle die jetzt hier gerade am start sind spinazola und serbi bis jetzt gönnen die packs auf jeden fall nicht was macht die pack rate was macht die pack rate ist die große frage und ich glaube jetzt haben wir nicht mehr viele sets hier von den ersten 20 übrig der kommt auch noch runter so sieht es aus komm schon vier packs noch prime spieler pack sechs selten ist da drin und in den mega packs 18 seltene und nachher gehen wir noch zu nico rüber auf den account 15 sets vorbereitet der wäre auf jeden fall happy für übern levandowski schreibt da gerade rein wieder drei common ball libertadores spieler alter jungs was ist da los ich finde bei den common ball und bei den süamerikaner spielern blöd dass die jetzt mal die wand oder walkouts quasi kaputt machen weil die irgendwie höher gerated sind also vom ranking her von dem pack ranking her dass die direkt immer als erste karte angezeigt werden finde ich ein bisschen blöd muss ich euch ehrlich sagen aber gut ist halt so jetzt und jetzt last but not least die letzten beiden mega packs kaum schon noch mal wand oder walkout teased uns immerhin teased uns so wollen wir es sehen leider wieder nur wand immerhin walkout wäre doch mal nice jungs es wird tatsächlich whisker 84er ist halt spc-futter passend jetzt zu den neuen spcs kann man super benutzen die 84er gassiers 83er auch spc-futter und der rest wird direkt diskartet nimmt da die münzen mit und jetzt 20 pack für das video wieder wand der walkout back to back leider nicht und damit gehen wir rein in die nächsten 15 packs bei nego und hoffen natürlich dass es da besser läuft so das sind die nächsten 15 stück am start ihr seht es außerdem unter anderem ja 50 kars am start seltenes spieler pack was hier um die ecke kommt und mega packs auch wieder mit am start außerdem paar gold upgrades sind schon da drinnen verstecken und insgesamt wie gesagt 15 jetzt mal gucken ob die gönnen also starte rein nego mit den packs wir sind gehypt wir sind gespannt ob sich dahinter ein ultimativer team auf der season verstecken kann ja oder nein das ist hier die frage und das ist die frage des videos top oder flop wir wollen es wissen das wird ein skipback anscheinend und gehen wir rein ins nächste goldspieler pack was macht als nächstes auf jawohl macht als nächstes auf das goldspieler pack macht das gibt ex name macht er nicht sagen wir so aus auch hier wieder kein bando walkout die connection ein bisschen hier schlechter am start das ist natürlich ein bisschen ätzend defoe und guzmann spieler packs aber generell da macht ihr kein minus mit also so viele gold karten drin wenn ihr die zum richtigen zeitpunkt verkauft macht ihr eigentlich immer profit aber das sage ich euch nicht auch nicht das erste mal ist das wanderer walkout nicht sieht immer teilweise so aus durch die schlechte connection weiß wie es später im video dann ist da ja und kubeck wird jetzt hier waren zwei spieler pack kommt 50k set oder wartest du wartest du auf das 50k set bis ende man macht uns 50k set auf dieses tradable ist es untradable als 50k set das würde mich auch mal interessieren ob das vielleicht von den season aufgaben ist könnte theoretisch auch sein bin ich mal gespannt bin ich mal gespannt was die nächsten packs noch können elf stück noch und dann können wir gucken was so die pack rate sagt ist das mal der walkout nee ne leider nicht jungs EA muss doch gönnen EA muss doch gönnen vor allen dingen ist ja nicht nur das ultimative team of the season draußen sondern die anderen team of the season ist ja immer noch da das der mls das die von der landamerikanischen lateinamerikanischen liga ist draußen insofern wenn es schon kein ultimativer team of the season ist dann lass es doch wenigstens einer von den anderen sein oder mal ein normal walkout ist ja nicht so als könnte er sie ja nicht gut das sind jetzt hier die gold upgrades da ist immer schwierig obwohl wir gestern auch bei den gold upgrades hier und da einiges gutes gesehen haben tiago silva marquinhos und co ist eine usl karte es wird wer wird's die rufmarsch wieder es wird wichtig oder wie heißt er frischalko irgendwas mit v wusste ich und jetzt kommt schon nächstes pack er macht erstmal die schlechten pack ein seltener spieler pack jetzt nur einen drinne also macht es von der reihenfolge her so erstmal die schlechten packs dann die guten nach dem motto ob das was bringt ob das was bringt ich mache eigentlich immer von links nach rechts nicht so die packs öffne aber jeder hat da so seine eigenen angewohnheiten kommt immer darauf an manche machen links rechts kombi und so weiter und so fort oh das war nur walkout komm schon totz 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 das ist einer oder das ist ein totz ah es wird wehler oder nein es wird ochoa ah wenn es wehler gewesen wäre immerhin aber totz ist am start jungs ochoa let's go da haben wir doch auf jeden fall einen ipsi moin grüße gehen raus oh kein schlechtes pack war noch am start ochoa kostet jetzt nicht viel aber 88er totz ist 88er totz staramendi spc futter und ich habe es angekündigt ich habe es eben gesagt ich habe EA gebeten darum ja also ultimative steam out of the season ist zwar draußen aber die andere totz sind ja auch noch da also gönnt doch mal EA komm schon kann gern so weiter gehen kann gern so weiter gehen gegen pack luck und das haben wir gestern gesehen als wir die 125 mal upgrade packs gemacht haben haben wir auf jeden fall nichts einzuwenden also da macht es auf jeden fall dann doppelt bock aber das 50k pack liegt ja noch vor uns mal gucken was jetzt das 30k pack hier gönnt ja oh wieder wandauer walkout ah kein totz und da will ich auch mal wieder im walkout sehen dass ich so selten in letzter zeit walkouts immer nur wende 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 pavlenka wird 84er ordentliches rating auch wieder keine duplikat am start ist vielleicht ein zeichen dafür dass der account an sich sehr leer ist oder er hat einfach nur glück ist das wieder wandauer walkout nein leider nicht sag mir kurz so aus leider nicht Rest der Welt totz so siehts aus beziehungsweise lateinamerikanische team of the season und jetzt kommt schon was haben wir jetzt also connection ist leider nicht so geil aber kriegen wir auf jeden fall hin wir sehen ja genug wir sehen ja genug ich hoffe es ist für die youtube aufnahme nicht zu schlimm ich hoffe das video gefällt euch trotzdem zeigt support nach wie vor auf dem video und jetzt die letzten beiden packs 50k set und noch das 35k set wir starten mit dem 50k set vorletzte pack keine wand auch kein walkout aus dem 50k set und das sag ich ja immer wieder egal wie geil das pack ist es ist nicht gleichzusetzen ah immerhin ikadi und miranda aber es ist nicht gleichzusetzen und es ist untradable ähm mit den ähm ja mit dem wert vom pack gleich was da drin ist das kannst du halt bei fifa nicht machen jetzt das letzte pack das mega pack und wie gesagt ich hoffe das video zeigt könnt ihr supporten für den totz und vielleicht enden wir mit dem totz nein leider nicht auch mit keinem walkout wir enden mit einer wand ich hoffe das video hat euch wie gesagt gefallen wenn ja zerstört den like button lasst ein abo da und denkt vor allen dingen für den algorithmus an einen kommentar ja und damit enden wir das video mit einem rotary 85er der ist immer ein tradable 1000 münzen kommen oben drauf und das soll es gewesen sein mit dem video euer flo von archi gaming ciao leute ja ja ja